So, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Secret World Legends. Heute wieder mit dabei Fonzi und Seraphine. Servus. Er mit seiner Pfütze. Ich habe mir dabei in der Zwischenzeit online ein Programm ausgesucht, dass mir die Audio-Datei in ein Moise-Signal umkodiert. Umgekehrt. Nein, das Audio-Signal in einem Moise-Code. Wir haben einen Moise-Code. Ja, aber in einem visuellen... Du hast gerade gesagt, in einem Moise-Code. Genau in den falschen. In einem Strich Moise-Code, so dass wir ihn dann umsetzen können. Ja, mach einfach. Ich werde euch das gleich einblenden. Hast du das auch getestet vorher? Ja, habe ich getestet. Gut. So, ich blende euch das schnell ein und dann werden wir das Ganze mal gemeinsam machen. Ich bin der Größte. Fast so groß wie die Säule. So, da haben wir jetzt, da sieht man schon die Testspur. Da habe ich die Datei schon hochgegangen und ich soll mir einfach mal zuhören und abschreiben. Schreiben. Sprechen-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich-Strich. Oder wie? Ich komme nicht hinterher. Zu schnell. Ah, das ist die letzte Zeile. Okay, filmen wir. Müssen wir noch mal machen. Und wir werden das anders machen. Kannst du kurz eine Textartei aufmachen? Kannst du kurz eine Textartei aufmachen, bitte? Warum gerade ich? Nicht du. Ich muss jetzt mal einen erstellen. Ich mach das mal zweimal. Will ich mich jetzt ärgern? Deine Haupttasten sind jetzt Punkt, Minus und Leertaste. Punkt, Minus und Leertaste? Punkt, Minus und Leertaste sind deine Haupttasten. Glaubst du, ich bekomme das hin? Ja, du schaffst das. Es heißt also Punkt, Punkt, Minus und Leertaste. Ja. Ich starte noch einmal im Morsicode. Minus und Leertaste. Minus und Leertaste. Stopp. Vergiss es, du leckst. Du leckst. Ich verstehe kein Wort. Ja, dann muss. Ich sage aber, ich verstehe kein Wort. Du leckst so etwas. Können wir dann... Muss ich mal wieder selber machen. Oh, jetzt fängt das wieder an. So. Gut, wir probieren es. Wie lange muss ich das blöd spielen, bis ich das schaffe? Was glaubt ihr? Nein, meine Dexter da ist weg. Nein, meine Dexter da ist weg. Nein, meine Dexter da ist weg. Ah, shit, ich habe einen Fehler drin gehabt. 5 Folgen später und folgen später. Donder. Was wenn du da... North, uh, Minus, Punkt und Leermachen! Zwei, Punkt Leerleer. Punkt, Leerleer. Punkt Leer, Punkt kommen. Punkt, Punkt zip loot.. soll ich euch die lösung sagen die lösung kann ich mal googeln auch da brauche ich nicht dazu ich weiß wo wir hin müssen wir werden das schon noch schaffen lösung kann ich mal also die lösung habe ich in einer halben minuten was ich war nicht nur dexter ich glaube so war das jetzt 1 2 3 4 5 1 2 3 3 leer minus 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 punkt 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 ich glaube so war das jetzt gut jetzt wollen wir es mal aus dem alphabet der code sind punkten bitte Alphabet Morsal Morsalphabet Morsalphabet Sprich Punkt Punkt Ich bin glaube ich in TeamSpeak Also TeamSpeak So Bitteschön Also du könntest mir helfen suchen Minus Punkt Punkt Was ist denn Minus Punkt Punkt Dora Ah da wirklich So dann Punkt Minus Punkt R Dreimal Minus O Wie siehst du das so schnell? Punkt Minus Minus Punkt Ja Ja Eeeh Punkt ICP Paula Punkt Minus Punkt Punkt Ludwig Dreimal Minus O war das Minus Punkt Minus Punkt T ist er Ich glaube das war Punkt Minus A Dann nur ein Minus T T Hartes T Doppelpunkt I Drei Mal Minus Ist ein O wieder O Genau O Dann Minus Punkt müsste ein N sein Genau Dann haben wir Minus 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 ist M Dann dreimal Punkt S Die da ist irgendwo Für Ich glaube Andere Variante Was ergibt denn das bis jetzt Ja Drop Location Ja was 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 brauchen wir dann Schätzten mal noch dazu Eine Location oder Ja jetzt ist die Frage Was die Location ist Wir haben noch ein paar Punkte Ja ja Ich vermute Das ist eine Zahl So ähnlich wie damals Das mit einem Lead Wir haben jetzt Punkt Vier Mal Minus Was Was Punkt Punkt Vier Mal Minus Ja das davor war Achso du meinst Ah warte mal Okay du meinst Strich Strich Punkt 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 Ja das wäre eine 7 Dann nehme ich Okay Dann Hoppala Dann hast du eben die 1 Was du gerade gesagt hast Genau Dann habe ich die 1 Dann habe ich Punkt Punkt Minus Minus Also Zweimal Punkt Dreimal Minus Das ist mir zwei Dreimal Minus Dreimal Minus Ja Zwei vier fünf Punkte Die 5 Dreimal Punkt Zweimal Minus Das ist eine 3 Und einmal Minus Vier Mal Punkt Ist die 6 Okay das heißt Wir haben die Koordinaten 712 536 536 Höre Geburt Sehr schwere Geburt Nicht speichern Hochspeichern 712 12 So gut dann hätten wir das einmal Als nächstes Ist der Fonzi auf etwas drauf gekommen Was ich eigentlich in der letzten Folge gesucht gehabt habe Das hat er gefunden Das hat er gefunden Während ich Die Mauser Code Geflucht habe Das war das Detaile zu finden Detaile Liste Für Barocke Für den Sendeturm 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 Dann gehen wir da auf Produkte Und da ist die Produktnummer 388 388 1 9 9 9 So und die Summe jetzt Und da haben wir jetzt Unseren Masten Und ab Da fängt da Klammern Anker Antenne Blitzableiter Haushaltsgeberband Konstruktoren Und Verstärker Also im Grunde hätten wir da Unsere Einkaufsliste jetzt gehabt Die ich vorgesucht habe Aber Wir haben halt alles mitgenommen Und haben probiert Genau So Gut Reputierte Nachricht entschließen Was heißt auf 712 Und 515 Da haben wir schon Marker gesetzt Wo in etwa Das ist dieser Stein Mit dem Wasser in der Mitte Direkt unter uns Unter 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 Dunwich World Genau Da drinnen Sollte es der Drop sein So Gut Dann Lass uns nochmal dort hingehen Jeder Gang macht schlank Der hat eh nix mehr drauf Der hat eh nix mehr drauf Wenn wir einen nachdünner werden Dann wird es glaube ich eh schon Von selber auseinander fallen Aber beim Arsch können sie wieder was abnehmen Dann hat er aus Ja ja Ich finde dass man Markern kann aber ich Marker nicht sieht Ja Ich bin mir gerade eben auch da Warten wir mal wieder hinten, der ist weit weg Nein 4 Schritte hinter uns 4 Schritte hinter uns Ah da Ja jetzt sieht man Auf der Map sieht man ja Ja da steht ein Container Soll ich aufmachen? Ja mach mal auf Ich stelle mich in Sicherheit Ich finde es sehr sinnvoll wenn sich der Tank in Sicherheit stellt Ja ja Eh so wie immer Ja von Ähm Aber Ich finde sein blauer Untergrund verwirrt mich immer dann Mhm Ich glaube ich bin das Das ist ein feindlicher Angriff Einen anderen Weg ins Lager finden Das wäre die nächste Mission Einen anderen Weg ins Lager finden Gut wir sollten eh die abschließen Damit wir endlich wieder mal Eine Action Mission annehmen können Eine Action Mission So sagst du das Eine Action Mission Ja die Action Mission sind die roten Da haben wir noch so viel übrig Da ist ein Boss Ja nehmen wir mit Nein das ist der den ich vorher schon versucht habe Ja Ich habe es vorhin schon erklärt Ja ich weiß wir müssen irgendeinen anpicken Gehst hin Gehst hin Ja lasst mich glaube ich stehe Ich bin ja nur der Medik Geh mal weiter Wollt's denn jetzt machen oder nicht? Nee Später Du musst hingehen Dann anreden Ja ich hab was aufstehen ja Und dann bitte Aufstehen Aufstehen Gute Mord gehen Ungefähr ja Ich will spielen So was zeigt denn uns der Wegpunkt da? Den Weg übers Wasser Durchs Wasser Jaaaa Ich hab glaub das ist er schneiden Och ne Oh ja wirklich Er schafft es schon Abgeschlossen Abgeschlossen Ja du So Ich glaub das muss ich nicht einzeln machen oder? Nein leider nicht Wir haben eine Leiche zum untersuchen Hm Ich spiel den Wein schon Ich kann das jetzt benutzen Ich kann das benutzen Unten in der Leiste Ganz unten rechts Ok dann habe ich es noch nicht 1,3,9,2,4,1 Doch Nein ich habe es noch nicht Nein ich habe es noch nicht Ich habe es noch nicht Dann musst du den anderen vielleicht anklicken Die andere Leiche Die was bei der Treppe liegt Ja da liegt noch eine Das eine ist eine weibliche Leiche Das andere ist eine männliche Leiche Ah ok Ah jetzt habe ich es Genau So Und bevor wir da jetzt reingehen Führen wir Folgendes Wenn einer entdeckt wird Wird die ganze Mission Zurück gesetzt Ja also nicht entdecken Ja Genau Ich bleibe hinten Ja Die Drohnen Haben ja dieses blaue Ding Was ihr da vorne setzt Ja Wenn ihr euch die entdecken Setzt ihr sich zurück Und das gleiche Gilt wenn ihr euch diese Macheln entdecken Warte mal ganz kurz Bei mir stimmt irgendwas nicht Der sagt ich muss den Code noch finden Aber den habe ich ja schon Ja nicht nur du Achso ich weiß ja Ich muss den Code finden Weil ich den Code gefunden habe Bevor ich den Anzug genommen habe Ja 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 Ich muss ja da rüber Wir kommen da rüber Ist ja Hm Nein Vorverrufen Vorverrufen So Den südlichen MP Generator ausschalten Ja Ja So drüben kann ich nicht stehen Das ist ja nicht so schwer Ohja Bleibt es mal stehen Vielleicht Bleibt es mal da in der Mitte stehen Vielleicht Kriegt es auch wenn es ich mache Ich will nämlich ein Nein Ohja haben wir Ja Gut dann bleibt es da stehen Dann mache ich das ganze schnell Böser Würfel Oder QB Wie auch immer Aber ja unten ist irgendwas Nein Nein Da geht es ja bitte nicht runter Das ist für eine andere Mission Das ist glaube ich jetzt zu weit weg Dann folgt es mir einfach Ich bin schon vorne Ok Rechts rum ist schneller Ah ok Da steht gar keiner diesmal Schnell schnell Der kommt da Na jetzt ist wurscht Weil jetzt haben wir den Erfolg Nämlich auch das Ungesehene Dann ist g'schehen Wenn wir den jetzt gekriegt haben Und der nicht zurückgehen Kann ich wieder umziehen oder Das ist automatisch Das ist automatisch Ah ja Dank Was Was Ich nicht Eine Wikinger Solltaten besiegen Ich glaube die nicht Ja das ist so eine Nämlichung Jetzt habe ich sie Jetzt habe ich sie Wie viel brauchst du noch Ja alle 10 Ja Ich habe erst einen 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 8 9 10 11 12 12 12 12 3 4 15 23 25 21 23 22 32 23 25 Tschüss. Bye bye. Tschüss. Bye bye.